yo leute was geht und herzlich willkommen zurück zu einer neuen runde battlefield und heute wieder rush auf der map operation metro aber nicht so wie gestern weil die war einfach scheiße die map und mal gucken ob das heute besser wird aber ich hoffe schon wir werden es einfach gleich sehen ich persönlich mag die map operation metro im rush modus wie sau finde ich total geil also die die es kennen wissen vielleicht was ich meine oder die empfinden das halt anders gut das kann es aber auch mal losgehen spielen als verteidiger ja nein ich hasse es aber na gut mal sehen was es wird hier ist auch praktisch einer gestorben und der kraft umgesnabert ich wusste dass da ja noch ist also als verteidiger sagt dass wir draußen mega wenn man dann in der u-bahnstation ist ich finde ich es eigentlich ganz okay aber hier draußen geht das gar nicht klar finde ich ich einfach nicht spielen was geht denn hier ab Äh Das ist schon ein wenig zu weit Mist Mist Mist, da war ich schon schnell genug Muss noch mal zu sehen, dass wir halt B hier gedeaft kriegen Kein Bock zu verlieren, ey Ich weiß noch ein paar Funkstationen sind, aber trotzdem Also manchmal frage ich mich, wie man getroffen werden kann, ey, ganz ehrlich Ich habe nicht zu sehen, wie man sie sehen kann Ich habe nicht zu sehen, wie man sie ist Ich habe nicht zu sehen, wie man sie sehen kann Weggenatzt, ey. Gehst du einmal aus deiner Deckung, bist du gleich wieder am Arsch, ey. Auat! Jetzt def doch die Scheiße! Was hatte kommen? Ich habe auch vielleicht nicht unbedingt die geeignete Waffe, weil die einfach... ...nur 21 Muni drin haben kann, der ist gleich wieder weggerotzt, ne? Schön. ALTER! Ja, aber ich spiele mit der Waffe, damit ich die Magazinerweiterung kriege und ein anständiges Visier, dann rockt die auch, glaub ich, richtig ab. Aber so weit muss es eben auch erst mal kommen. Scheiße, ey. Den habe ich jetzt nicht gemessen, damit ich einen Kill mit der Waffe kriege, ne? So. Wollen wir mal rein. Boah, ich liebe das dann hier so reinzukinnen. Aua, 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 aua! Habe ich Claymos? Nein. Scheiße. So. Ja, ich werde kaum jemanden wegsnacken können. Die Waffe einfach kaum Munition hat im Magazin. Doll. 0 Achtung, ich hab' den 2-Dies-Kneider in den Wolfen gespielt und nicht mehr ohne. Nee. Scheiß Waffe dafür. Ich hätt' richtig jetzt ausbauen müssen, ey, da wären sie alle am Arsch. Ja, werd ich ein paar Kills machen können. scheiße ich hätte aber auch c4 plan kann ach naja hätte 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 schon bei der station dann macht schillen wir uns hier mal mit hin wir müssen hier was gedefft kriegen oder auch nicht da vorne verrecken gerade alle alter wo der wir zu uns was ist denn los heute die sind nicht schlecht weiter eine 10 0 hat das ist schon irgendwie ein bisschen hacker verdächtig aber wollen wir mal nicht sagen ja auch einfach mal guten lang also die mp7 die muss ich noch wirklich leveln bei leveln passt nicht ich musste halt doch einfach mit der spiel um mehr freizustellen das freundlich direkt im gefecht Achtung die ladung wurde entschärft nice boah was willst du mich rollen alter direkten header oder wie boah nee ist ja mal ekelhaft ne aua geht es nicht lang oh lol Toll! Das wird grad nicht so richtig, was? Ganz schön verkackt. Ich bitte die Hälter! Da kommen sie hoch, da kommen sie hoch. Vorsicht! Ich bitte die Hälter! 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 Ne, keine Chance! Leck dich, ey! Ich bin mega am Abpacken eigentlich! Das ist keine gute Runde! Überhaupt nicht! Was geht denn ab? Alle! Hä? Was geht denn ab bei euch? Wollte ich ja nicht sagen! Und was geht denn ab? Ich bin sehr gespannt! Hm, ich hab da den Wechsel weg. Nein! Wo sind sie alle da? Achtung, der Freizeit hat eine Streckladung gesetzt. Oh, was? Oh, was? Oh, was? Puh. Ah, ich wollte erst mal in die Decken. Alla, was geht ab? Ich werde auch eventuell das Video cutten, also teilen, zwei Teile draus machen, wenn das jetzt hier überlang wird. Oh, der Junge, die Waffe, die ist scheiße, ich wechsel die jetzt. Komm, ey, fickt euch, Müller. Aber wenigstens entschärfen wieder. Bei A, bei A, bei A. Oh, Leute, nehmt doch eure Eier in die Hand. Oh, Mann. Alter, ich kann ohne Visier bei der Waffe nicht spielen, ey. Okay. Soll ich doch alle ins Knie, ohne Spaß. Okay, noch einen Punkt. Das ist ein bisschen aufmerksam. Ich bin, dass ich es nachladen muss, ey. Ohne Spaß. Nee. Sackt richtig hart, ey. Ganz ehrlich. Sackt richtig hart. Basta, der Alder. Boah, was geht ab, ey? Fick dich. Dummer Hurensohn. Ja, Ziggy. Boah, ey, boomst du ruhig. Shit. Es wird abgerechnet hier. Es ist aber mal Feierabend. Null. Ich wusste, dass du das wegspielst. Es geht grad so mega ab hier. Ohne Witz. Es geht grad so mega ab hier. Jawohl, Mann, wir haben gewonnen. Oh mein Gott. Alter, das war ein Kampf jetzt. Ja gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ja gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, ne? Äh, hoffe, es hat euch relativ gefallen. Und dann haut rein. Und dann haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.